Die Steuerung ist sehr vorsichtig, aber ich sehe da eine Kühlbox. Okay, wir haben schon mal ein Messer. Das Messer ist schon mal nicht schlicht im Halt. Wir haben zumindest etwas sinnvolles gefunden. Wir hätten ihn jetzt glücklich noch durchsuchen können. Können wir das immer noch? Nein, sie geht weg. Warum geht sie weg? Komm mal nochmal her. So, hier gucken wir gleich nochmal hin, aber ich würde nochmal ganz kurz schauen, ob man... Nein, man kann ihn natürlich nicht noch durchsuchen. Schade. So. Machen wir auch das Ding. Und? Tja. Okay. Aber hier, was hast du hier? Okay, also wir können mit Sam reden. Sieht nicht so aus. Wir können schön streichen. Ja. 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 Das ist tatsächlich ein kleines emotionale Trostpflaster, was mir jetzt hier von ihm schieben wurde, dieser Hund. So, was haben wir hier? Können wir hier mal reinschauen? Wir müssen checken. Okay. Okay. Haben wir jetzt noch irgendwo etwas, wo wir schauen können? Vorne ist noch ein Topf, aber... Hier vorne noch so eine Büchse. Können wir... So. Sie hat jetzt doch bloß reingeschaut, ne? Wurde mal reingreifen. Ne? Ja. Tut mir leid, Spatzi. Wir müssen... Das ist bestimmt noch so ein schöner... Alter. Oh mein Gott. Doppelwoppel. Oh, schön. Wir haben was. Schau, ich kann. Ja. Mal sehen, was drin ist. So. Okay. Bitte nicht so schlecht. Oben oder unten. Ah, ich... Sieht schon mal nicht eklig aus. Sieht schon mal nicht grün aus. So, danach können wir ihn mal wegschmeißen. Jawohl, dicke Bohnen mit Speck. Machen wir uns mal ne Pfanne heiß und schon kommt Tyrone's hin und klaut uns die. Ja, komm, Sam kriegt Aufwand. Ja, na klar, Maus und Zahn. Da, nö. Ich glaube, du bist ziemlich hakt, auch. Ja. Die ganze Büchse? Hier geht's. Hey, du brauchst nicht alles. Okay. 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 Ich könnte... Nein, nein. Alter. Okay, das hab ich jetzt nicht kommen sehen. Ich mag das Spiel jetzt schon nicht. Oh, hier bin ich jetzt meine Meinung, das war jetzt unanusweichlich. Also wir hätten... Was hätten wir jetzt anders? Hätten wir so... Nein, nein, nicht betteln. Scheiße, ey. Tja, aber was, wieso? Was war denn plötzlich mit dem? Ich... Ja, Hunger. Das ist halt... Man kann's dem Tier ja nicht mal übel nehmen, ne? Irgendwie. Das ist halt einfach... Aber aus Respekt hätte ich nie gegessen. Wurde nie einen Hund essen. Also so einen kleinen Hotdog. Aber... Was willst du jetzt machen? Du hast kein... Du hast nichts. Du hast nichts. Also kein Zombie-Virus-Befall. Nee, er befällt tatsächlich nur Menschen. Befällt wohl keine Tiere. So haben sie es mal irgendwie angerissen in den Comics und... In dem... In der Serie. Nicht wie bei Resident Evil. So, wunderbar. Tiefpunkt ist erreicht. Was ist, wenn der jetzt Tollwut hat? Hm? Na bitte. Schön. Ach, come on, ey. Na komm, Kemi. Hört mit dir. Wohin denn? Wird mir Sinn? Oh. Na los! Oh, okay. Wir sind hier! Derry-Style. Ich bin raus. Grab sie, lass uns gehen. Komm, Mann. Wir müssen gehen. Wir wurden gerettet. Von Kannibalen. Ja! Scheiße. Ich denke, ich denke, wir sind sicher. Hm. Ja, ja, wir sind gut. Oh, ja. Hey, you all right? I'm fine. Just, let me be. Oh, was that so? The last time I saw you could barely crawl away from that lurker back there. Look, you're in bad shape, kid. Okay. Okay. Vielleicht unsere neue Gruppe? What are you doing out here? Where are the, uh, the people you're with? There is no chance you made it this long on your own. I don't want them thinking we're doing anything but trying to help you. I'm alone. Everyone I know is gone. It's just me now. I'm sorry to hear that. I just lost a sister. We've all lost folks. Well, I'm Luke. And this is Pete. Hey there. Hi. Luke and Pete. I'm Clementine. It's nice to meet you, Clementine. For now, we're gonna take you back to our group. Okay, we got a doctor with us, and you look like you could use some... Oh, shit! What? What is it? She's... She's a bit, man. Fuck! Fuck, fuck, fuck. What are we gonna do here? Oh, nein. Der Hundlip is... No, it was a dog. I didn't see any dog, Clementine. Come on, kid. We just saw you with those lurkers back there. No, no, just look at it. Please. Yeah, and have you sink your teeth into Pete's neck? No way. My neck? Why am I the one? Because I don't know a dog bite from a mosquito bite from a lurker bite, man. It's not. Yeah, it's halt schwierig, ne? Vertrauen is, äh, kostbares Gut zu dieser Zeit. Hm, all right. Let's see it. Whoa, whoa, whoa. Hey, watch yourself. Hey, don't look at me like that. You're the one that's bitten here, okay? See? Is it, uh, is it like she says? Well, could be a dog. Hard to say. So, where did this dog go? The one that did this. What, what does that matter, Pete? Seriously? I want to know, how believe the blur's story is. I, I killed it. What? Really? A dog shows up and bite you and you just killed it? Yeah, no, because of it. I don't know. It attacked me. Why don't we do it? Still, you don't, you don't kill dogs. Ne, that's not. You don't kill dogs. Kids, don't try this at home. Clementine? Mm-hmm. Yes? 100 huten. Böse. You telling us the truth? You look me in the eyes when you answer. Yes. Yes. All right, Clementine. That's good enough for me. What else was she gonna say? I've got a good bullshit detector, Luke. That's why you can never beat me in poker. You don't always beat me in. All right, how can you be sure? Well, I'm sure I ain't willing to leave a little girl in the woods to die, when we got a doctor with us that can make a call. We can have Carlos take a look at it first. Nick ain't gonna like this. Not with what happened. You don't have to remind me of that boy. Right. Sorry, sir. Okay. Vielleicht sein Vater? Come on. Oder eventuell. Ihn mal ja vorgesetzter oder irgend sowas. Also er sieht schon so ein bisschen Army-style mäßig aus, so Ranger. Wie? Clementine, are you feeling all right? I'm fine. Just tired. You better be fine. Because I ain't carrying you anymore with that bite on your arm. Don't worry about... Oh, shit. No, so. Alles kurz wegmachen. Okay, und schon ist der Waffe auf uns gerichtet. Okay. Okay. Mitkava? What? And you just believed her? You should have put her out of her misery right there. Dog bite my ass. I'm not worth... Keep your finger off the trigger, boy. Whoa! Whoa! What the fuck? You idiot! Every lurker for five miles probably hurt you. You're the one telling me to fucking shoot her. Everybody just calm down for a second. Clementine, you okay? I'm not... I'm not working for anyone. Oh, I don't know what you're talking about. Oh, I don't know what you're talking about. I just need help. We got a doctor right here. Okay, he'll have a look. Now what the hell is wrong with you people? Okay, she's just scared. We're all scared, Luke. Don't act like we're the ones being irrational because we don't buy this bullshit story. No way she survived out here on her own. Why are we even arguing about this? Let me take a look. Okay, go ahead. He's a doctor. Hell, that must have hurt. Hmm, whatever it was, it got you good. This isn't how we do things, man. When you're bit, you get put down. End of story. I'm not going through this again. No one suggested that. We could take her arm off. I know that worked for a cousin down in Ainsworth. We could try that. We're just going through this. We'll just be making it worse for the girl. It's crazy. No one's going to volunteer to do that. I would. It would be safe for her life. Then what? You're in charge around here, right? You want to be sure about something like this? I'm on your side, kid. No need for a guilt trip. Who's she? Sarah. What'd I say? Stay inside. I don't mean to be any trouble. I just want to stop the bleeding and then I'll go. He'll never see me again. I promise. And where exactly would you go? I can take care of myself. Are they schwanger? Look, I'm maybe in the minority here, but my gut tells me she's telling the truth. It probably is just a dog bite. Probably. Das letzte Wort hat's jetzt nicht unbedingt noch, äh, zementiert, in der Aussage. So, what do you think? Was it a lurker? A bite like that? Could be anything. Only one way to find out. Ow. We wait. What? Wurde grad sagen, sperrt mich irgendwo ein und wird es. Ne, Fieber könnte auch so einsetzen irgendwie, wenn sich jetzt die Wunde entzündet. Alvin? We can't do that. I'm not wasting supplies on a lurker bite. If it turns out you're telling the truth, I'll clean it, stitch it up for you in the morning. But... I'm sorry. It's the best we're gonna get. We're a bit of touchy, der Typ. Find us a bit of a thing? Finger off the trigger, son. I ain't your son. Don't be like that, man. It's all right. Always got his mom's temper. Come on. This is just a waste of time. You'll see. And when she turns, I ain't gonna be the one cleaning up the shed. My arm really hurts. I don't know what to tell you except hold out the best you can. We'll see what we can do in the morning. If I make it until then, maybe you could get me some supplies? I wish I could. I really do, but it's too risky. Sorry. Mmh. Arme Clemmie. Oh God. Hoffentlich ist die Butze wenigstens ein bisschen sauer. Da liegen die schon drei Tote drin. Ich bin auch wirklich... Und er hat schon mir einen Finger am Abzug. Why are we doing this? It's so fucking dumb. Because it's safer this way, and I'd rather be sure. Yeah, safer for who? I can't believe this. You're going to be fine. You're going to be fine. Okay, also wir haben unser Taschenmesser noch. Oder um nicht noch... What? What is it? Hammer? Nee. Achso, jetzt geht sich den Rettungsring an. Wollten wir doch den Hammer angucken hier, oder was das war? Das hier. What is it? What is it? A hammer. Können wir den mit irgendwas runterholen hier? What is... What is that denn? What is that? Is that some Holzspalten, or what? What soll it sein? What is... What... Also, ich halte mich für handwerklich... versiert. Oh, ich weiß nicht, was that is. Is that... zum Sägen, or what? Irgendwie Unterlage... Ist auch scheißegal. Es ist ja auch scheißegal. Wenn ihr es wisst, Leute, schreibt es mal rein. In solchen Szenarien sehe ich nicht unbedingt das Gute in den Leuten. Ja... I know. I know, Mom. I guess, if I have to, I can use this for stitches. Is tatsächlich auch schwierig in solchen Zeiten. So, dafür könnte ich den Hammer hier brauchen. Aber könnte ich nicht auf die Kiste jetzt steigen? Und sagen... Deck der Hammer. Aber, okay, denken wir durch. Ich gehe raus aus dem Schuppen. Was dann? Ich vertraue mir erst recht nicht. Wenn ich jetzt anfange, da mit dem Messer rum zu eimern an dem Ding, irgendwie die Klinge kaputt. Ich kriege damit keine Nägel raus. So, das sind übrigens die ganzen Sammel-Items, die wir noch im Spiel bekommen. Das ist quasi unsere Base hier. Und dann ist das mit lauter Werkzeug voll. So, okay, Spannbock. Schön, können wir uns auch noch anschauen. Der gute Clark. So, es regnet wie Sau. Wir haben jetzt erstmal... ...ein Dach nur im Kopf. Das ist nicht schlecht. So, und hoch mit dir. Schwupps. Und was ist da im Glas? Ist da was im Glas? So, take the Hammer. Also, man kann nicht so schwupp sein, um diesen blöden Hammer reinzukommen. Und lass mich raten. Lass mich raten. Jetzt komme ich nicht da ran. Weil das Brett so schwer ist. Ne, doch. Das wäre jetzt ein Ding gewesen. So, okay. Dann hol den Hammer. Tritt nicht auf die Hake. Und... Mach mal hier die Nägel ab. So, macht man das nicht. Klingi, Mausi. Jetzt zieh die Nägel einzeln raus. Geh. Was jetzt? Jetzt bin ich... Also, ich wäre draußen. Was ist, wenn ich... Was passiert, wenn wir jetzt rausgehen? So, ich kann mich ja nicht ins Haus schlächen. Das unterfüttert ja nicht gerade unbedingt unsere Glaubwürdigkeit. Haben wir noch irgendwas, was wir hier drin mitnehmen können? So, wir haben... Wo haben wir denn jetzt die Angelschnur her? Ich habe mich total verpasst. Na gut, aber scheinbar müssen wir raus. Ich muss leider in 20 Minuten los. Ab Termin. Bis heute Abend. Ich habe einen Doktor. Er muss in 20 Minuten haben. So, wir könnten uns ins Haus schleichen. Finde einen Weg in die Hütte und hole eine Nadel. Eroxid. Ein paar Verbände. Ach, du Schande. Und schon wird es schnicki. So, okay. Wir schauen mal erstmal... Können wir ja nicht... Ja, durch die Tür würde ich tatsächlich nicht gehen. Das ist mir auch ein bisschen zu... Das ist schon mal zu riskant. So, schauen wir noch mal hier. Da kommen die ran. Okay, verstehe. Hier werden wir auch nicht rankommen. Finden wir irgendwo eine Leiter. Wird es bewacht vorne. Da unten. Schau mal. Hier mal ein Brett. Wird ich doch mal sagen. Probieren wir das. Na. Geh doch mal nachher. Ist so ein bisschen fubslig diesmal tatsächlich so. Die... Die Ausfallsteuerung. So, wir haben noch einen Hammer. Können wir nicht die Hammer benutzen? Ja, kann her. So. Nummer eins. Oh. Ey. Lass mal gucken. Vielleicht... Okay, man kann auch einfach nur in die Mitte klicken. Man muss also nicht auf den... Silencio. Silencio. Okay, jetzt mach ich das weg. Was... Ach Gott. Aber das könnte natürlich halt auch wieder einen Schleicher die Möglichkeit geben, unter dieses Haus zu kriechen. und nachher irgendjemanden anzufallen. Ach, diese Konsequenzen. Äh. Achso, dachte ich, nicht jener. Was hier? Und... Falltür. Ich würde es mir gerne erstmal angucken. Jetzt wird er vorsichtig. Warte mal. Das ist natürlich sehr... Taschenmesser. Zeigt mir grün jetzt eigentlich an, irgendwie was besser wäre als gelb. Aber es hat anscheinend hier recht. Aber wir haben ein Messer verloren. Sie hat ihr Buch. Okay, also Sarah ist nicht beim Treffen dabei. Können wir noch irgendwas? Nein. Nee. So, wo soll ich denn jetzt bitte Perzid finden? Das ist schon alles sehr speziell. So, lauschen wir mal. Treffen wir in der Küche hier. So, und hier macht keiner von innen jetzt die Tür auf. No way. She could be. We don't know. She's connected to somebody. There's no way she's out here by herself. She said she's out here alone. Yeah, right. Whoever she's with, they'll probably come looking for her. Great. So, und wir werden schnell an den singenden Fisch kommen hier. So, und kommen wir hier vorne um die Ecke rum. Nee, shit. Können wir nicht weiter. Was blind in den Raum gelogen ist, ist aber auch fies, ey. So, können wir hier rein. Was ist es? Du konntest dich ja kennen. Säcke, Kissen. So, okay, ne. Gucken wir uns nochmal die Schokolade an. Ach, das geht jetzt so in die Hose. Mit dem Lendenbild da oben angucken. Was? Ach, äh, Namen für das Kind. Na gut, gucken wir uns hier. Knock, knock. Knock, 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 knock. Dark. Dark hieß ja. Genau. Nicht Dark. Okay. Können wir das Fenster aufmachen? Nee. Zur Fluchtmöglichkeit, eventuell. So. Das hat uns jetzt irgendein. Dave ist bestimmt eingepennt. Nach seiner Forrest-Nacht. Ja, es sei ihm gegönnt die Uhr. Es sei ihm gegönnt. So, okay, hier kommen wir. Toll. Und jetzt ist es wieder zurück. Komm mal her. Oh, wir müssen einmuggeln hier auf der Couch. Okay, komm, wir sind nicht an dem Tisch jetzt hier vorbei, Leute. What? Echt jetzt? So, vielleicht erzählen die noch irgendetwas. Oh, sie darf auf jeden Fall nicht in den ersten Stock. Äh, na, in den Nebenraum. Da ist das ganze Peroxid versteckt. Scheinbar müssen wir doch hier nochmal irgendetwas in dem Raum finden. Ja, sorry, das Haus kann doch jetzt hier nicht nur ihren Raum hinten haben, irgendwie. Der ausschließlich durch die Küche, äh, betretbar ist. So, was ist denn hier mit den Schubläden? Irgendwas. Muss ja irgendwas sein. Massage mal. Okay, ich kann nicht weiter hier hin. Ne. Nüsste. Warte mal. Was ist die Tür? Ne. Ist gar nix. Gar nix. Hm. Okay, dann müssen wir vielleicht doch ein bisschen weiter lauschen. Vielleicht kriegen wir dadurch weitere Tipps. Oder irgendwas in der Richtung. Welfern durchlofen. Du hast besser gehört, als nicht. Du hast das gleiche getan, Nick. Das war nicht die höchste Idee. Oh, was Feuer in deinem Riefel war, hm? Nächste Mal haben wir nur ein Neon-Sign, das heißt die Lurker sind willkommen. Woher geht's, hä? Ich will meinen Schubel holen. Oh. Wir werden in einem Moment fertig. Okay. Na dann, äh, schnell noch nebenan hier. So, jetzt einfach wieder in den Raum, wo er herkommt. Äh, okay. Was hat uns das jetzt gebracht? Aber gar nix, ne? Außer eventuell, dass wir die Möglichkeit verpasst haben, durch die Haupttür reinzukommen. So, hier vorne, das ist das Zimmerchen mit dem Fisch. Das müsste die Küche sein. Oder? Warte mal. Ne, ne, eigentlich nicht. Schauen wir mal. Oh, Dave. Bin am Locken. Wollt gegen Müdigkeit ankämpfen. Aber noch wach. Hey, Dave, Alter, hau dich hin, Mann. Das ist doch, was. Krampf doch nicht. Das ist doch nicht so. Kommt alle auf YouTube. Alle, dude. Fände ich ein bisschen aus, dann bist du um 17.30 Uhr heute wieder am Start. Ah, es lockt. Cool. Damn. Okay, jetzt nicht weiter rum. So, na, 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 na. Ich weiß nicht. Ah, ich schloss jetzt. Ja, dann kann man tatsächlich bloß noch probieren, über die Fenster reinzukommen. Schade, ich dachte eigentlich, dass... Oh, ganz so gut. Steuern, das ging es hier in den Park nicht. Wird das immer schlimmer? Nein. Nein. Ob nicht die Treppe oben aussieht. So. Okay. Wann sind wir, aber ich denke, hier wird es doch die Küche sein, oder? Genau. Meistens ist auch diese Ausgangstür, ist ja an der Küche dran. Proben wir mal, durch das Fenster zu kommen. Ich hoffe, es geht in der offene Küche. Scheiße. Ich versuche, meinen Schlafflussmonster fixen, also bis heute Abend. Können wir die schaffen. Okay. Ambitioniert, Dave. Ambitioniert, Dave. Ja, gut. Können wir tatsächlich jetzt bloß noch... Was willst du machen? Kannst du ja bloß noch hier durch die Küchentür. Was ist hier los? Ich brauche Peroxid an den Fahnen, ja Lappen. Aber sofort. Echt jetzt? Komm schon. So, also. Hier vorne geht sie nicht durch. Unten wurden wir auch rausgescheucht. Ist schwierig. Ich muss ja los. Bis hoffentlich später. Mach's gut, Mutti. Ciao. Hm. Könnten wir jetzt nochmal unten in diese Luke allein? Wahrscheinlich nicht, ne? Oh doch. Können wir. Achso, sie hat quasi diese ganze Sequenz übersprungen. Mit dem Rumi-Kletter. Als sie einfach in die Tür hingegen. Oh je. Wie. Untertitelung des ZDF, 2020